naja möchtest du das schloss verlassen ja dann raus hier dann würde ich sagen gehe ich noch mal zurück zum druiden und gucke mal was mich noch so angreift auf dem weg ich hatte ja eben schon mal hier so ein bisschen nachgeblättert was kam jetzt noch der orc und der pirat und das skelett so viel können wir uns ja mal angucken zumindest den orc vielleicht mal hier diese zweibeinigen monster von steinzeit menschenähnlichen aussehen sind verwandte der goblins aber größer und gefährlicher als sie zum glück sind sie fast menschengroßen gedrungen und unholde nur mäßig intelligent sie haben eine blau schwarze bis dunkelbraune behaarung und die eckzehen ihres unterkiefers ragen wie die hauer eines keilers aus ihren breiten mündern auf ihrer stirn tragen sie zwei winzige hornstummel obwohl sie keine keine nötig haben höhlen orc sich gerne in grellbunte stoffe die bevorzugte waffe ist der krumm säbel die misstrauischen unverschlagenen wesen leben meist in höhlen da sie zu faul sind sich hütten zu bauen da sind sie wieder super faul hier wollen sie hütten zu bauen sie unternehmen aber gerne raubzüge an der oberfläche wo sie weniger geschickt als menschen dafür aber kräftiger sind orcs sind immer auf beute aus es gibt nichts was sie nicht gebrauchen könnten aha so mittlerweile sind wir aus dem schloss herausgekommen und da kommen schon piraten wieviel text haben piraten haben nur einen kleinen text den lese ich mal eben so vor da müssen wir das bild haben wir ja gesehen für sie gilt das gleiche wie für räuber sie kommen natürlich immer per schiff daher zeigen sie die zeigte die linke darstellung auf see und ihre die rechte im kampf besiegst du sie kannst du jedoch ihr schiff leider nicht für dich verwenden da man mehrere personen benötigt um die drachenboote zu steuern piraten arbeiten gern mit zauberern zusammen jedoch nicht mit anderen monstern okay oh jetzt ist aber hier schon ein bisschen mehr los das piraten schiff greift an unser erster piraten kampf so sehen sie aus die piraten also sind im prinzip einfach nur räuber zack auf der flucht ja da oben kann er ruhig hin fliegen den krieg ich gleich er ist verwundet und jetzt vier punkte immerhin so das schöne ist dass sie nämlich hier oben nicht fliegen können weil die natürlich nicht schwimmen können das heißt er ist sozusagen dem tode geweiht jetzt oder ich so ne nochmal vier punkte und elf goldstücke ja schiff kann ich nicht verwenden 8,80 lebenspunkte habe ich noch das heißt auf zum druiden denn beim stufenanstieg hat der druide vielleicht ja auch noch was für einen das hat auch lange gedauert bis ich das damals rausgefunden habe weil im handbuch steht glaube ich nichts davon so der zombie ist tot 3 punkte 23 gold goldstücke technisch geht es auch aufwärts da können wir uns bald eine rüstung leisten vielleicht sogar einen noch etwas bessere wenn ich beim ani ein bisschen training mache dann komme ich auf stärke elf ne stärke zwölf gebe ich dann und dann mache ich auch mehr schaden das heißt mein waffenschaden erhöht sich dann auch so der zombie der kann auch ruhig noch hier zu mir kommen das ist in ordnung jetzt kommen hier aber jetzt kommen sie alle sandfieber also eine vergiftung kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen da haue ich lieber ab zwei punkte das geht ja auch so goblin es sind zwei goblins da kriege ich die punkte wieder rein auf jeden fall meine güte aber ich habe gut pariert gut pariert schlecht attackiert obwohl mein angriff doch jetzt höher geworden ist da sollte man doch meinen dass das besser funktioniert so zombie und goblins die sind auch keine gegner mehr für mich und meinen treuen gefährten wir müssen dem morgen stellen einen namen geben ihr dürft gerne vorschläge machen so schmecke stahl du fieser zombie so den ziehe ich jetzt erstmal hier rüber ich tue so als ob ich flüchte und dann springe ich plötzlich ein Feld nach Norden haha und dann kriegt er aufs Maul so zack auf der flucht eine fernwaffe könnte ich mir natürlich auch noch kaufen fünf gold stücke eine fernwaffe wäre vielleicht keine schlechte idee oh räuber und wieder so eine blöde Schlange hm diamant auge ist ein guter name für einen morgenstern da kommen die zwei punkte da verzichte ich drauf diamant auge ich weiß ja das klingt aber nicht so gefährlich das klingt irgendwie nach einem schmuckstück dabei ist man morgen schnell noch tödlich schädelschmetterer da kommt der nächste räuber er wird mich kennenlernen wenn ich gleich beim ruinen war leute dann habe ich 144 vitalität damit kann ich schon so ein bisschen das land bereisen finde ich ich habe auch schon wieder 222 gold stücke wie viel wollte der haben für die rüstung 270 oder sowas oder vielleicht gehe ich gleich noch mal hin und gucke mal ob ich vielleicht noch die passende rüstung bekomme obwohl ich könnte ja wenn ich stärke sowieso steigern will auch eine bessere rüstung anziehen Moment ich betrete mal die hütte und guck noch mal eben hier im handbuch bei den bei den rüstungen also ich hätte dann wenn ich mich nicht irre jetzt habe ich 10 dann habe ich 12 da könnte ich den schuppenpanzer schon anziehen der kostet aber so im mittleren preis 500 gold stücke hat dann eine panzerung von 4 allerdings also einen schutzfaktor von 4 bewegliche metallplättchen schuppen ähnlich angeordnet überlappen sich und schützen so den körper des trägers ausgezeichnet wobei er noch relativ beweglich bleibt leider ist der schuppenpanzer recht schwer und umständlich zu reinigen und wird deshalb nicht häufig verlangt und danach kommt dann noch die ritter rüstung da braucht man dann eine eigengewicht 14 und dann gibt es noch eine magische rüstung die hat aber ein eigengewicht von 16 also ab 16 stärke hat man fast ausgelevelt 18 ist ja das maximum was man erreichen kann na gut aber den ruinen angesprochen oh ich sehe du bist jetzt auf stufe 2 darum erhöhe ich nun deine empfänglichkeit für magie und jetzt habe ich nämlich 24 astral punkte da oben und wenn ich jetzt den magischen zirkel finde dann könnte ich da vielleicht sogar äh etwas lernen 279 hat er verlangt 279 gold stücke da muss ich aber noch ordentlich monster schnetzeln auf wiedersehen so ja ich kann ja mal da hoch gehen und mal gucken was mich da noch so für monster erwarten weil jetzt hier noch so ein bisschen ich könnte auch jetzt hier bei dem druid noch ein bisschen rumgrinden bis ich so 300 gold habe um mir dann das captain ham zu kaufen und dann die zwei punkte noch aufsparen vielleicht dann hinterher in geschicklichkeit packen um mir dann hm ich weiß nicht eine bessere waffe zu holen also geschicklichkeit 13 ist hier die die zauber schwinge aber die muss man natürlich auch erstmal finden was ist denn hier mit den ähm mit den fernwaffen was haben wir da den trefferwirkung 7 aber ich lass mich mal mit gucken so also hier fernwaffen der kurzbogen braucht geschicklichkeit 9 das blasrohr 12 also das blasrohr aber das gibt es glaube ich nur in der preis weiß man nicht das gibt es nur in dieser mubrakt stadt bei den dieben weil das natürlich eine verbotene waffe ist denn die vergiftet sogar den gegner also da kann man die monster mit vergiften der langen bogen braucht eine geschicklichkeit von 11 und die armbrust geschicklichkeit von 12 also bei geschick 13 hat man hier die beste zwei hand waffe und bei geschicklichkeit 10 die beste einhand waffe die haben wir schon also waffentechnisch bräuchten wir eigentlich nur noch irgendwas fernwaffen technisches und da ist eigentlich im moment nur der kurzbogen gut ja und ein schild brauchen wir auch also ausrüstung mäßig ja hier geschicklichkeit 13 für die zauberschwinge der elfenbogen geschicklichkeit 11 ich habe aber natürlich auch noch niemanden gefunden der mir geschickt beibringen kann von daher ist das sowieso noch uninteressant dann lass uns erstmal bei den rüstungen bleiben und vielleicht ein schild da brauche ich aber jetzt natürlich noch ein bisschen gold also geht es wieder ans grinden würde ich sagen aber ich kann ja so ein bisschen hier mal die gegend erkunden und dann gucken wir mal vielleicht finden wir ja noch eine andere stadt 144 lebenspunkte ihr könnt mir überhaupt nichts ihr könnt direkt einpacken nehmt den schädelschmetterer zack auf der flucht voll idiot so zack tot nächster mein morgenstern wird euch verletzen so 16 gold stücke ist natürlich jetzt wirklich oh da kommt ein ork das rechts ist ein ork ähm ork greift an ist natürlich ähm äh jetzt relativ glücklich gelaufen bei der charaktererschaffung zugegebenermaßen im zweiten versuch dass jetzt die geschicklichkeit wirklich schon so hoch ist ähm wenn man das spiel jetzt so ganz schnell durchspielen will und schon mal durchgespielt hat und weiß wo jetzt die magische waffe versteckt ist zum beispiel oder die magischen waffen versteckt sind dann kann man das bei der charaktererschaffung sogar schaffen dass man geschicklichkeit 13 von anfang an hat da sind die anderen werte natürlich grütze aber dann kann man direkt vom startpunkt aus sag ich mal zu der stelle laufen wo man die magische waffe bekommt die ausgraben oder hat man direkt die beste waffe im spiel aber das ist natürlich nicht ähm sinn der sache obwohl die stelle schon ziemlich markant ist und ich sie als kind damals tatsächlich ähm beinahe gefunden hätte ohne dass mir einer gesagt hätte also nicht spieler charakter gesagt hätte wo ich denn da die waffe finde so da ist alles von diesen flüssen begrenzt da geht es also nicht weiter dann gehe ich gleich mal wieder richtung schloss da kommt ein skelett und das skelett haben wir uns noch gar nicht angeguckt auch da lese ich den text mal eben am besten schnell vor wenn das hier vorne unter der kamera liegt dann kann ich das so schlecht lesen weil das immer so ähm ja so komisch da liegt und dann bin ich so weit weg und diese schrift ist ja relativ klein wie ihr gesehen habt aber das skelettbild haben wir ja schon gesehen diese untoten monster sind mit den zombies verwandt allerdings bestehen sie nur noch aus knochen die nicht mehr durch fleisch und sehnen sondern durch schwarze magie zusammengehalten werden die knöchern sind aber recht flink und nur schwer zu verletzen da sie meist direkt durch magie gesteuert werden verhalten sich diese werkzeuge des bösen recht intelligent und können auch waffen und rüstungen benutzen die oft ihre wahre natur zunächst verbergen aha ja ist aber glaube ich hier spieltechnisch nicht relevant ist einfach nur so ein bisschen fluff so hat man noch irgendein monster den orc hatte ich gelesen die piraten hatte ich gelesen damit sind wir monster technisch jetzt schon mal für die zweite stufe durch so dann wollen wir doch mal hier angegriffen werden die sandfieper greift an da flüchtig gibt vier punkte abzug macht nichts ich will nicht vergiftet werden der goblin greift an oh zwei goblins und ein räuber ich glaube es ist ganz gut wenn man die schwachen monster zuerst besiegt um schaden zu vermeiden das ist natürlich voll unfair weil ich jetzt von beiden seiten da direkt angegriffen werde so der ist auf der flucht vielleicht kriege ich ihn noch ne der haut ab na gut dann den räuber komm 122 lebenspunkte hab ich noch oh ich will nicht wieder zurück zum druiden müssen jetzt trifft den doch du hast doch so viel angriff man na wenigstens ein bisschen parade es wird zeit für eine rüstung dann kann man sich tatsächlich noch ein bisschen freier bewegen jetzt kommt noch ein skelett da oben kommt noch ein orc ich kann mich schon wieder auf den rückweg zum druiden machen wenn das so weiter geht oder ich gehe oben nach torwahl und versuche da mein glück beim heiler aber der war so teuer ich will ja eine rüstung kaufen jetzt habe ich aber 275 goldmünzen da könnte ich mir zumindest das catnamb leisten die andere rüstung für 500 finde ich ein bisschen übertrieben noch ich glaube gold hat man hinterher aber genug so oh oh das skelett jetzt nur verwundet also die skelette halten wirklich ein bisschen was aus hier in diesem fall ist der räuber das schwache monster was ich zuerst besiegen muss genau kettenhemd und später das schild das ist eine gute idee so machen wir es oh ich habe schon wieder hier nur noch 65 lebenspunkte skelett verwundet durch einen treffer hier ist die waffe schon nicht mehr so toll aber noch geschafft fünf punkte 20 gold stücke dieses gold wird mir gute dienste leisten ich mache mich schon mal auf dem rückweg hier umsonst heilen lassen und dann kann man ja später nach torwahl hoch und sich da dann heilen lassen das war zwar auch relativ teuer glaube ich gucken wir mal was hier die orts so können leicht verletzt auf der flucht oh so drei treffer drei treffer können die vertragen und man muss auch eine rüstung kaufen bevor man so auf stufe 3 geht erfahrung 186 ist wie bei das schwarze Auge ab 300 punkte komme ich in die nächste stufe und ja da bin ich jetzt auf einem guten weg weil jetzt kommen die monster es kommen auch öfter monster also hinterher wird man da wahrscheinlich immer nur noch angegriffen wenn ich das noch so richtig in erinnerung habe da gibt es gott sei dank dann möglichkeiten den gegnern auch zu entfliehen ich bin nah am ruiden da setze ich dem nach schade 21 goldmünzen immerhin ist schon eigenartig ne die flüchten werfen die dann ihr gold weg wenn die flüchten damit man nicht hinterher kommt wahrscheinlich da kriegt man dann die goldmünzen noch im handbuch steht nichts dazu oh da kommt ein skelett ich bin auch immer ich habe auch komplett die falschen tasten gedrückt ich bin immer nach nord und süden gegangen das nennt sich fersengeld ja genau so das war nicht so gut mit meinem zum ruinen so wäre ich aber jetzt hätte ich lange gebraucht zum ruinen ich habe mich so gewundert wieso ist der weg so lang weil ich wollte eigentlich hier nach links also quasi nach osten und bin dann immer nach norden und süden gegangen weil ich statt nach osten nach norden gegangen bin habe ich nicht gemerkt naja was soll's erstmal den goblin in der mitte jetzt kommen sie alle an ah 50 lebenspunkte das sollte aber klappen so wunderbar 200 erfahrungspunkte das ging jetzt deutlich schneller als eben und man ist halt auch viel beweglicher und wenn ich gleich die rüstung habe dann halte ich es noch länger aus so einmal den warp einschalten hier auf zum lustigen druiden da sind wir also auf dem original c64 zu spielen das spiel ist schon eine nummer mit den ladezeiten da braucht man zeit aber gut hat man ja vielleicht wenn man so ein wochenenden zeit hat ich will auf jeden fall das spiel durchspielen komplett wird heute abend nicht mehr passieren aber ja es kommt noch 3d dungeons vor in dem spiel schon mal so als spoiler das wird noch ein bisschen dauern aber dann muss man da auf jeden fall mal durch also es ist nicht immer nur diese oberwelt grafik wie wir sie jetzt haben und ja es ist dann auch ein bisschen abwechslung finde ich da müssen wir aber auf jeden fall noch mal ein paar stufen aufsteigen damit wir ein bisschen mehr angriff und so haben weil ansonsten wird das nichts da wird der arme andreas hier in der dunklen dimension sein unrühmliches ende finden so wie viel gold haben wir 364 ich glaube auf dem weg da hoch werde ich ja noch ein paar mal angegriffen ich glaube das ist eine gute gelegenheit jetzt nochmal nach thorwald zu gehen und sich da ein kettenhemd und ein schild zu kaufen oder nur das kettenhemd wahrscheinlich reicht das geld nur für das kettenhemd weil zum heiler muss ich ja auch noch oder ich spare auf 1000 goldmünzen dann habe ich direkt ein schiff auf der flucht so schwer verletzt und tot so 13 gold stücke jedes gold stück zählt in diesem fall ich muss aufpassen dass ich dann nicht aus versehen auf so ein waldfeld laufe weil noch sind die waldstrate ein bisschen zu gefährlich für mich ich freue mich schon wenn ich meine attacke wieder etwas hochsetzen kann aber vorher müssen wir den magia zirkel noch finden wir müssen noch so viel machen ich glaube ich muss am wochenende vielleicht nochmal einen stream einlegen so ein übernacht stream was haltet ihr von einem übernacht stream oder einem stream der zumindest etwas länger geht das muss ja jetzt nicht die ganze nacht sein 24 stunden stream da wäre das natürlich auch das richtige spiel für wobei ich glaube beim 24 stunden stream da wäre ich irgendwann so durch da würde ich überhaupt nichts mehr raffen das lasse ich lieber so oh komm schon ich jag ihn oh du musst dir noch jetzt tot schlagen du gibst doch keine punkte sonst so 19 nacht durchmache warte kurz ich ziehe mal eine linie ja gut war ja nur so ein gedanke so oh hier da kommen wieder äh fiese gegner da flüchte ich wieder die paar punkte da ähm vier punkte das sollte gehen für meine feilheit so der orc greift an den muss ich mich allerdings stellen der bringt zwar auch nur vier punkte beziehungsweise ich würde nur vier punkte verlieren aber es ist ja nur einer und da gibt es wenigstens gold bei tieren ist ja absolut nichts zu holen also tiere da bin ich echt froh dass sie dieses wenn man die tot schlägt äh dass sie das rausgenommen haben aber das haben die wahrscheinlich selber gemerkt dass das keinen keinen sinn hatte so glückstreffer getötet ein glückstreffer ist wenn man eine 1 würfelt dann macht man doppelten schaden oh da kommt noch einer ah nein brückentrolle aber nur einer die können die können auch mit ihren äxten werfen mach mal ne pause wir können uns die trolle auch mal eben im handbuch angucken wenn jetzt schon einer da ist äh oh ich muss weit nach hinten blättern ich bin nicht sicher ob ich mich mit dem anlegen soll oder einfach nur flüchte wo sind sie denn ne hier bin ich schon beim lindwurm hallo trolle da sind sie doch ist eigentlich ein stufe 6 gegner also schon ein bisschen ähm ein bisschen böse ich lese erst den text vor und zeig danach das bild würde ich sagen trolle gehören zu den menschenähnlichen monstern sie werden bis zu 4 meter groß und sind von äußerst grobknochigem körperbau sie hüllen sich gern in schwere tierfälle trolle sind allesfresser denen man eine erstaunliche naschhaftigkeit nachsagt sie sind oft übellaunig aber sie haben einen gewissen sinn für humor und finden spaß an derben scherzen toll so leute den schädel einschlagen und sowas sie sind intelligent genug einer vernünftigen argumentation zu folgen aber sie sind auch dickköpfig und reizbar mitleid ist ihnen fremd hm ok und hier haben wir den fiesen brückentroll äh der folgendermaßen aussieht äh so so sieht der aus lebensenergie hat er 20 trefferpunkte 12 rüstenschutz 3 attacke 8 parade 8 also punkte wert 12 wenn ich den besiege kriege ich 12 punkte ich habe aber nur noch 78 äh lebensenergie wie ich gerade sehe ich glaube das ist keine so gute idee aber ja zwölf punkte werden mir abgezogen wenn ich jetzt einfach flüchte ist es das wert dann bin ich schon wieder da 219 habe ich jetzt dann hätte ich noch 207 was meint ihr soll ich ihn äh soll ich ihn angehen und dann eventuell flüchten ich glaube das mache ich komm ich habe ja eine gute waffe keine gute rüstung aber eine gute waffe und ich muss eh zum heiler obwohl muss ich eigentlich nicht ach komm ich probiere es einfach wer nicht wagt der nicht gewinnt aber ich stelle mich hier ganz an den Rand damit ich rechtzeitig flüchten kann ne quicksave und mehrmals probieren sowas mache ich nicht ich könnte aber zwischendurch mal speichern da hast du allerdings recht du hättest das schon verwundet ach schwer verletzt auf der flucht? ne hinterher komm jetzt kriechen jetzt bin ich übermütig jawoll 12 punkte 13 gold stücke sehr gut und kaum verletzt jaha war doch einfach ich könnte jetzt hier jede stufe 6 monster sofort ohne weiteres besiegen ich fühle mich stark genug jetzt ist das schon auf der flucht komm komm schlag nochmal zu genau versuchs nochmal damit ich die punkte kriege 19 gold münzen 450 gold auf in die stadt für 450 gold sollte es doch möglich sein ähm die rüstung zu kaufen das kettenhemd war das glaube ich ne genau kettenhemd eigengewicht 10 das kann ich jetzt auch ich frage soll ich die stärke auch ich glaube die stärke steigere ich auch jetzt zwei punkte auf der ersten stufe aber erstmal wechsle ich die diskette und dann speichere ich vielleicht gleich mal ab bevor mir hier irgendein diskettenfehler oder so passiert das wäre hier der super gau ich warpe mal eben durch die ladesequenz und dann speichere ich erstmal mit dem emulator schnappschuss ab save so und dann probiere ich das jetzt weil ich traue diesen abspeichern über das normale system nicht ich glaube es ist suchen 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 ist nicht das was ich brauche ich brauche abspeichern kann man überhaupt abspeichern ah angriff mhm mhm suche nach geheimtüren kommunizieren zauberspruch warten benutzen ah zuschlagen Inventur Inventur macht das draußen Oh ich kann hier bestimmt gar nicht abspeichern mhm Wie ging das denn? Gut, dass ich das Handbuch habe Suchen Position Da Spielstand abspeichern mit Q In Klammern Das S ist leider anders belegt Ja gut Du musst dazu eine formatierte Diskette einlegen und eine Anweisung auf dem Bildschirm vorlegen Ich habe bereits eine formatierte Diskette vorbereitet Dementsprechend Überhaupt kein Problem für mich So Achso ich könnte es mal probieren Q wie bitte Ne es geht nur draußen Drinnen geht es nicht So Auf zum Rüstungsmacher Hier war der Heiler Den brauche ich jetzt nicht Waffen Ah Rüstung war dann da drüber So Hier Ja Also ich speichere dann immer so ab Und dann Probiere ich mal zwischendurch daran zu denken Abzuspeichern Und äh Damit falls ich sterbe Ich dann da wieder reinladen kann Ich würde ungern halt diese schmutzigen Tricks machen Wie zum Beispiel ähm Ja die Diskette rausnehmen Das geht nämlich im Emulator auch Man kann einfach das Disketten Image rausnehmen Und dann äh Ja Dann lebt man plötzlich wieder Aber das ist ja nicht Sinn der Sache So Du sprichst den Rüstungsmacher an Dein Begehr Ich möchte gerne eine Rüstung kaufen Kaufen Und zwar möchte ich das Kettennehmen D 279 Gold Okay Ja Abgemacht So Jetzt habe ich noch 171 Gold Stücke Jetzt könnte ich ja mal gucken Was kostet denn denn so ein Schild Das würde mir ja nochmal 2 Rüstungsschutz bringen Das sind immerhin 2 Schaden weniger Pro Schlag Der so kommt Das ist schon ordentlich Jetzt gerade auf dieser niedrigen Stufe Das Kettenhemd hatte doch glaube ich auch Rüstungsschutz 2 oder? Was hatte das? Kettenhemd Rüstungsschutz 3 sogar Dann hätte ich insgesamt Rüstungsschutz 5 Das wäre sozusagen als hätte ich eine Ritterrüstung an Ich möchte gerne Waffen kaufen So Möchte Kaufen möchte ich Kampfstab Bastardschwert Zweihänder Bla 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 Hm Hatte gerade der Rüstungsmacher die Schilder? Oder habe ich es jetzt übersehen? Tut mir leid, aber das habe ich nicht Habe ich das übersehen? Gerade? Mal zurück zum Rüstungsschmied hier oben Ja, Schilde sind Rüstung Das ist mir auch gerade Logisch wäre es Da hast du recht Ja 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 Ich möchte kaufen Ja, kleiner Schild, großer Schild Habe ich übersehen, ja Danke nochmal für den Hinweis Ich hätte auch wirklich selber drauf kommen können So, großer Schild 145 Gold, die hätte ich sogar noch Ich würde sagen Ja Ja Mach ich Ich habe noch 69 Lebenspunkte Da muss ich dann natürlich sehen, dass ich jetzt hier wieder irgendwie Äh, zum Ruin komme oder so Ja Weil ich glaube, jetzt für die 26 Goldstücke heilen ist da nicht Aber ich könnte mir vielleicht noch was zu essen kaufen Ich habe jetzt noch 36 Nahrungsvorrat Was Das auch so Ach nee, halt stopp Ich wollte ja noch zu Arnie Der ist doch hier oben irgendwo Oh, hier diese Oh, die Kaschemel Genau Ich kann mich noch gut daran erinnern Das war hier echt die Hölle Weil hier diese ganzen blöden Wachen rumlaufen Und man hier nie irgendwo durchkommt Weil die immer so Wenn die sich einmal hier hin verlaufen haben Oh, jetzt geh doch weg da Blöde Wache So Normalerweise laufen hier zwei Wachen vor der Kaschemel rum Aber wenn die sich halt zufällig da rein verirren Dann ist es vorbei Dann kommt man nicht mehr da durch So Wie war das? Training war das, ne? Ich bin Arnold Training Willst du stärker werden? Ja Super Effekt, wie ich finde So Nochmal trainieren Ja Okay Es geht zweimal Es sind zwei Punkte Die man kriegen kann Jetzt haben wir Stärke 12 Nochmal sollte es eigentlich nicht gehen Dazu musst du erst mal erfahrener werden Na gut Arnold Auf Wiedersehen Ja Ja Da müssen wir auf jeden Fall noch andere Städte finden Sonst Wird das nichts Mit Geschick und ähnlichem So, jetzt haben die Wachen mich in Ruhe gelassen Da ist dieser komische Druide Und 26 Goldstücke habe ich noch Da kriege ich noch so ein bisschen Essen für Und dann war es das Habe ich jetzt schon mal gefragt, ob er gesund ist? Geht so, danke der Nachfrage Okay Essen 15 Rationen Ja 12 Gold Ja Ja Dann nehme ich direkt noch eins Dann habe ich noch zwei Goldstücke Und mehr Gold habe ich ja dann nicht Okay Ich habe mein ganzes Gold ausgegeben Ähm Rüstung macht das draußen Waffe und Rüstung muss ich gleich draußen ausrüsten Ich glaube das Schild muss man nämlich auch einzeln auswählen Aber da bin ich mir nicht sicher Es kann auch sein, dass Dass man da gefragt wird, wenn man die Waffe auswählt Aber das werde ich ja gleich sehen Möchtest du Water verlassen? Ja Diskette 1 Und Warum tragen die nur Tauern keine Ritterrüstung? Weiß ich nicht Warum? Ich schalte mal den Warp Modus an, damit es ein bisschen schneller geht Oh Gott Weil sie lieber Rinderrüstung tragen In dein Ernst jetzt? So Waffe Welche Waffe A bis S Was war der Morgenstern für eine Waffe? A B C D E F War das F? Schwert hast du nicht Dann war das G Ne ich habe die Hände vergessen Waffe G Morgenstern bereit Du benutzt den großen Schild So jetzt ist der Schild drin Rüstung Welche Rüstung? Äh Wo waren die Rüstungen? Waren die vor den Waffen? Ne hinter den Waffen Und noch die Fernwaffen Ich hätte auch eine Fernwaffe kaufen können Egal So Kleidung A B C D Müsste das eigentlich sein oder? D Kettenhemd angelegt So Auf gehts 20 21 21 23 22 23 23 24 24